Bon, 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 Bon. Wenn du ganz doll traurig bist, heule wie die Wölfe. Ob es früh um sechse ist oder nachts um zwölfe. Wenn du ganz doll traurig bist oder nachts um zwölfe. Ob es früh um sechse ist oder nachts um zwölfe. Ob es früh um sechse ist oder nachts um zwölfe. Christian, deine Heulkanone interessiert uns nicht die Bohne. Also mir hat es geholfen, ehrlich, wo ich doch so traurig war wegen meines schönen Luftballons. Oh je. Nun fang bitte nicht wieder von vorn an, Anna Klaun. Na ja. Herr Marjotti? Ja. Das heißt übrigens nicht Kanone, sondern Kanon. So, so. Das heißt übrigens nicht Kanon. Wie?